Wie behemmert, irgendwie... Nun gut, nun gut, dann... Dann klappt noch. Wer hat hier halt geschrien? Okay, das ist natürlich jetzt... Okay, das ist den am Kopf treffen. Dann muss er nicht am besten treffen. So, aber das müsste ganz ruhig machen sein. Und da hinten treffen wir irgendeine Frau. Das ist von ihm auf den Körper zu schießen. Von daher ist das recht einfach, die wegzuschießen. Da hinten ist noch einer. Habe ich den nicht reichert? Okay, den sollte ich gleich noch mal. Ich habe Glück gehabt. Au, verdammt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, doch das Richtige. Nun gut. Nun gut. Dann haben wir jetzt... Ein wenig zu wenig Leben. Würde ich mal sagen. Die Garten hatte ich gerade eben noch gesehen. Naja, B nochmal. Dann wird das nicht ganz so schlimm. Jetzt runter, bevor der wieder absaust. Und... Ah, da hinten war ja nichts mehr. Da sind die einzigen zwei Ecken, wo man runterfallen kann. Und jetzt noch die Waffe. Genau. Und jetzt noch den... Sonstraum hier unterbleiben. Jetzt noch C, damit die mich weniger treffen. Das ist eh schon. Okay. Okay. Wenn ich Glück habe, dann... Ich habe die Ständer. Was ist das denn für eine Waffe, dass wir nicht so... Äh, so... So weit schießen könnte. Ähm, so. Wieder. Wieder mit. Neugruppieren. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Dann habt ihr wahrscheinlich auch nicht so viel Lust da. Okay. Dann... Oh, das war jetzt nicht meine Absicht. Dürfte ich nochmal? Dankeschön. So, wo haben wir denn unseren kleinen einsamen Schützen da unten? Ja. Sehr schön. Das war's also. Hier unten. Bei denen. Instanz aufgeräumt, oder wie man es auch immer nennen will. E. Ah, eine Zugangskarte. Hier, ich brauche erstmal ein bisschen Backter. Und dann geht's weiter. Ah, ne Versorgungskarte. Wie? Keine Munitionsaufnahmen mehr? Das ist ja auch... Ich hab mal volle Munition. Was hab ich jetzt gemacht? Hm. Frau Rotma hatte recht, Jen. Es wimmelt hier von Hinterbliebenen. Sie haben Gefangene genommen. Tja, das wird die Republik wohl in Bewegung setzen. Ich alarmiere die Flotte und hol dich. Ruf du ruhig Verstärkung. Aber ich habe hier eine Mine zu sprengen und Gefangene zu befreien. Versuchst du das Honorat zu rechtfertigen? Bereite dich vor, mich abzuholen. Ich habe das Gefühl, dass es unangenehm werden könnte. Wer braucht denn noch das Tal der Jedi, wenn du bereits mit solch erstaunlich intuitiven Kräften begabt bist? Bereite dich nur darauf vor, mich abzuholen. Wie hier befehlt, oje, die Meister. Hey, ich wollte da noch an das blöde Ding ran. Dann bleibt der ja stehen. Was auch immer. Keine Zugangssache. Und noch ein bisschen Fakta, finde ich. Jan, dieser Ort stürzt gleich ein. Wenn ich keinen Weg hier raus finde, musst du Hilfe holen. Mach, dass du da raus kommst, Kyle. Da sind noch ein paar Detektionsmittel. Ja, und ich wollte wirklich hier raus. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt echt Müll. Oha, das war knapp. Das ist zu. Da komme ich nicht rein. Dennoch sollte ich die Waffen mitnehmen. Ich habe wieder ein bisschen was verballert. Ah, da raus muss ich. Okay, okay, okay. Wieso zur Hölle ist es dann denn da zu? Okay, ähm. Ach. Schande. Habe ich nicht da, genau. So, das muss jetzt eigentlich... Fast schon. Ach, okay, da können wir halt schon welche. Okay. Wieso steht der auch hinter mir? Okay. Hm. Es ist wieder an dem... Okay. Okay. Es ist wieder an der Hebeanlage. Das heißt, ich muss den ganzen Kram nochmal durchspielen. Nächstes Mal speichere ich einfach, wenn das Ding, äh, abend ist. Und dann, ähm. Oh, da ist noch eine Waffe. Kann man immer brauchen. So. Okay. Sehr schön. Jetzt nochmal hoch. Hier runter. Oha. So, das dann. Äh, die Waffe holen. Die nächste Waffe holen. Ja, die Munition werde ich brauchen. Der Kram. Moment. Hier, vielleicht nochmal speichern. Bin ich heute mal speicherwütig? Und dann... Oha, was. Ich bin mal da nicht. Hmm. Oh, die Waffe hat mir. Ich habe da auch nicht eingesammelt. Aber hat... Komm schon. Nehm. 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 Ich glaube ich auch nicht eingesammelt. Nehm. 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 88% ist das ja nicht gerade viel, was ich da habe. Okay. Moment. Ich komme nicht an das blöde Gewehr an. Okay, dann nicht. Dann nicht. Ja, dann hätte ich fast alles. Die hatte ich nicht eingesammelt. Gerade eben. Hier auf kann man, da auf kann man. Haben wir hier irgendwo ein Versteck? Ein verstecktes Versteck. Wie wäre es damit? Von da oben kommt nichts. Und der Rest ist langweilig. Also kein Versteck, würde ich mal sagen. Gut. Jetzt einfach nochmal speichern. Ich meine, jetzt habe ich ja meine Gegner alle erledigt. Und jetzt kommen nur noch die auf dem Fluchtweg. Denn... Was ist denn? Ach. Kann ich gar nicht mehr in den Augen. Tja, das wird die Republik wohl in Bewegung setzen. Ich alarmiere die Flotte und hol dich. Ruf du ruhig Verstärkung. Aber ich habe hier eine Miele zu sprengen und Gefangene zu befreien. Versuchst du das Honorat zu rechtfertigen? Bereite dich vor, mich abzuholen. Ich habe das Gefühl, dass es unangenehm werden könnte. Wer braucht denn noch das Tal der Jedi, wenn du bereits mit solch erstaunlich intuitiven Kräften begabt bist? Bereite dich nur darauf vor, mich abzuholen. Wie hier befehlt, o Jedi-Meister. Das sollte wohl auch ein kleiner Hieb gegen ihn sein, weil er nicht mehr als Jedi tätig sein will. So. Hatte ich eigentlich... Ach ja, die hatte ich da schon eingesammelt. Pummen bei allen brauche ich mich ja auch nicht, oder? Ich weiß nicht. Mach das unter Worte, was ich gleiche! Ah. Komm schon. Okay. Und damit hätte ich jetzt...